So, ich guck jetzt mal direkt in Steam rein, nehm die Handelsanfragen an und dann kann ich euch direkt in CSGO die Sachen zeigen, die eben, die eben reinkamen. So, Steam, wo bist du hin? Hallo? Drei Trade-Offer, ihr seid doch wahnsinnig Männer! Es kam das hier, the best gift, ja, auf jeden Fall, die ist echt geil. Vielen Dank dafür, richtig, richtig geil. Es gab noch andere, ähm, an, äh, Overs, passt, Obacht. Öh! Hä, Prinzenrolle. Moment mal, Prinzenrolle, du verarschst mich, Prinzenrolle. Das ist dein Ernst? Oh mein Gott, ne, oder? Ich hab das, ich hab das grad eben gar nicht gesehen. Prinzenrolle, ich fang gleich an zu weinen. Echt jetzt, ist das Ernst gemeint, was du mir da gerade geschickt hast? Hehe, kurze, so Ruhe, alle gucken sich um, was hat er ihm denn jetzt, was hat er ihm denn jetzt gegeben? Bist du reich oder sowas? Alter, ich fang an zu schwitzen. Vielen Dank, Alter, ich hab Shadow Deggers bekommen, üben. Alter, direkt, ich rüste einfach mal direkt aus, weißt du, in Minimal mehr sogar noch, bist du wahnsinnig? Alter, für die Glänzen, wie aus Stahl gegossen. Ich bin völlig perplex. Richtig edel von dir. Direkt, wo ist es? Replace, boot. Ich mach nur noch Knife-Kills, Alter. Scheiß auf die Schieße. Alter, heute, mir platzt echt gleich das Herz. Die sind doch wahnsinnig. Shadow Deggers und dann noch zwei, ich hab jetzt so eine AK geschenkt bekommen. Aber mich fang sowas von brutal an zu schwitzen. Alter, guckt euch das an. Ich weiß gar nicht, welche AK soll ich denn jetzt spielen? Welcher AK, Leute, welcher AK ist jetzt geiler? Auf welcher AK soll ich die ersten 1000 Kills sammeln? Schwierig. Schwierig. Ach, richtig, richtig geil. Ja, vielen Dank. Ist echt geil. Okay, ich lass jetzt mal The Best Gift auf jeden Fall drin. Und spiel jetzt Matchmaking. Leute, ich bin so aufgelöst gerade. Ihr müsst jetzt aber mal wieder runterkommen. Ich muss jetzt nochmal eben ein Global machen.